so meine freunde jetzt geht es wahrscheinlich ins final in die finale runde hoffe ich mal weil ich muss ich sehe schon was ich hier wieder einrichten muss das wird doch definitiv eine dusche es wird bad muss erstmal aufschrauben verstehe dass die dusche badewanne auch noch dass man alles so wie es ist so standard gemäß also das ist schon so sachen wo man jetzt die ganze zeit schon machen deswegen geht das jetzt so schnell da haben wir eine badewanne das wir sagen hier das ist eine sehr hässliche toilette wird dann auch papier halter dass dir kommt hier das ist jetzt was für spüle weil ich nehme die toilette ganz ehrlich auch das achtes handtuchhalter er kommt hierhin der kommt hierhin das ist was handtuch heizkörper er kommt geht das überhaupt oder das passt gar nicht dazu das kommt wenn dann kommt das hier hin das ist spiegel das hier wäschekorb er kommt hierhin was für die dusche er kommt das kommt hierhin ist auch erledigt und hier ein einzelner türrahmen solider sturm erstmal lichtschalter natürlich der kommt hierhin waren die zähne die sind dass die lichter bei stück wahrscheinlich oder eine das machen wir jetzt schnell durchlaufen hierzu die waschmaschine in ruhig aber satte fette da ins eck klein der schrauben aus da ist da ich sehe hier die spiele gar nicht hier drin aber genial jetzt war sie auf einmal drinnen dort ist ja auch erledigt wahrscheinlich hier gemeint ja nächster dass der fitter fisch kommt hier drüber ich will soll ich machen zwei wahrscheinlich einzelne türrahmen solide support 1 aber das hier ledigt hier ist noch was und dann noch das soll hier noch nicht hier hinten wer weiß ich glaube nicht dass da noch mal eine hin soll ich weiß nicht ich hau jetzt einfach mal dahin ja warum nicht wenn es denn so sein soll wieder ein schlafzimmer unterricht schalter hier das per plasma diesmal so das gleiche das gleiche platz und eine leute zu und dann mache ich eine hier eine da dann die teppiche wieder man kennt es ja schon da wenn du jetzt gewusst hast du das gleiche schlafzimmer ist hätte ich es euch erspart machen wir mal so werbung machen für das neue die jetzt wahrscheinlich kommen wir mal so dann und dann und dann du drin das ist wieder die klimaanlage die auch mir diesmal gegenüber vom bett hierhin hier das ist jetzt wirklich ordentliches tempo oder fertig klimaanlage der dieser spiegel kommt diesmal hierhin ich komme ich noch durch diese komische uhr wieder an dieses poster wieder und dann ist das immer auch fertig jetzt wahrscheinlich hinten hier wieder im badezimmer rein das ist noch draußen ziehen da geht doch die dusche und auch wieder hierhin natürlich wird es wieder engere dusche das badezimmer das ist klar das ist wieder vor er sich ja nicht ja es ist zu klein für die instand darum ich mache das jetzt aber mal so müssen sie sich jetzt die gäste daran an dem wie bei dem beschweren wenn ich so einen engen kleinen raum als badezimmer nutzen wollen das nicht mein bier das ist wieder für die toilette euch auch gleich so ich würde toilette kaufen hallo toilette schraftes kraftes spiel nicht gerade ein das ist denn los mit dir spiel badezimmer hier bitte toilette ich mache doch keine klopapierhalter rein wenn er keine bade keine toilette dran ist hallo geht es noch ach jetzt wird es wieder angezeigt das ist der handtuch heute dafür der kommt hierhin jetzt der handtuch trockner er kommt hierhin und dann noch alles hier rein ach ja der spiegel für das hier wäschekorb und wieder hierhin und diesmal auch hierhin wie viel zimmer muss ich denn noch machen also das ist langsam schon bisschen übertrieben was hier steht in der aufgabenliste noch waschküche immer balkon garderobe das wird noch das wird noch ich habe ich also ich mag ja sowas ich fand ja die einfachen aufträge von vom standard also von der haupt haupt spiel bisschen eher einseitig irgendwann aber jetzt ich würde das jetzt auch noch ein schlafzimmer wird und bin ich bei der festen festen meinung dann übertreiben die hier langsam ja hier kommt definitiv noch mal ein bad rein was habe ich mir dafür einen auftrag angeholt also ich mir macht ja spaß aber das ist ja riesig wie viele und ohne schmarrn wie viele gäste wollen denn die denn bitteschön haben ja jetzt unten glaube ich zwei zwei oder drei schläft wenn man zwei badezimmer also langsam ist das schon jetzt das schon übertreiben weil ich es ist es ist ohne schmarrn ich nehme das jetzt schon durchgehend auf ja wir haben jetzt gerade den 15 ersten um zwei uhr fünf ich wollte eigentlich früher ins bett weil ich doch schon ein bisschen müde bin jetzt kann ich das nicht machen was das wüsste ich denn auch ja ich kann wahrscheinlich den auftrag irgendwann weiter führen aber ich will das durchziehen aber wie gesagt das ist schon etwas hardcore übertrieben muss ich dafür eine bodenfliese reinhauen kann ich eigentlich auch zurück zum büro ja zurück zum büro ich möchte speichern bei dem auftrag wird mir natürlich weiter führen aber erst in der nächsten folge freunde ich würde jetzt meine ratten noch mal dann sage ich mal bis zur nächsten folge von